Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es ein absoluter Wohlfühlort hier ist. Wie wird es so sein mit den anderen Menschen, die hier sind? Man kennt es sicherlich. Wir waren so eine gute Gruppe, die Dynamik war mega. Freya ist der Typ Mensch, der sie in den Videos auch ist. Und Leben zeigt, wie kann ich mich auf mich besinnen, was tut mir eigentlich persönlich gut, um in meine Mitte, in meine Entspannung zu kommen. Mir wird von Freya und ihrem Team genauso akzeptiert, als hätte man überhaupt keine körperliche Einschränkung. Bis zum nächsten Mal.